Cube, ich hoffe mal, dass es euch nicht die Ohren zerschossen hat gerade, aber anscheinend kann sich dieses Spiel nicht merken, dass wenn man den Sound hier leise stellt, dass es dann auch dabei bleiben soll. Herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Let's Show. Und zwar, auch hier wieder handelt es sich um eine Spende von einem Zuschauer. Vielen Dank dafür. Cube, Q-U-B-E, geschrieben, ist ein Akronym und steht für Quick Understanding of Cube Extrusion. Also das schnelle Verstehen von Würfel-Extrusion. Ich musste nachschauen, was Extrusion ist, beziehungsweise Extrusion. Und es ist anscheinend so ein Pressverfahren, ein Ziehverfahren in der Verarbeitung von Stoffen. Wir beginnen ein neues Spiel. Wir wissen nicht, wer wir sind. Wir wissen nicht, wo wir sind. Wir kommen langsam aber sicher wieder zu Bewusstsein. Und an welchen Film erinnert dieses Szenario natürlich an den Film Cube, den Namensvetter dieses Spiels. Wir machen also in einer würfelförmigen Welt auf. Also es ist nicht würfelförmig. Die Welt ist aus Würfeln gebaut. Und wir schauen uns mal um. Okay, hier ist eine Ecke. Ja, aber wo geht es hier weiter? Da oben schon mal nicht. Gut, dass wir nicht an der Decke zerquetscht worden sind. Da habe ich gesehen, da oben an der Decke ist hier nicht so sauber verarbeitet. Wir haben Hightech-Handschuhe an, so ein bisschen Iron Man-mäßig. Okay. Und es sind jetzt im Spiel drin. Ich spiele mit einem Gamepad, damit die Bewegungen nicht zu ruckartig sind und für euch besser anzuschauen sind. So, hier, das ist das Level-Menü mehr oder weniger. Wir sind hier in Level 1 von 9. Ich habe es bisher bis Level 5 geschafft mit einmal Verzweifeln. Und jetzt im Level 5 ist es aber so, da musst du auch noch Zeug merken. Und Zeug merken ist wieder eine ganz andere Aufgabe als sich Zeug logisch erschließen. So, was für Möglichkeiten haben wir? Wir haben einen linken Handschuh und wir haben einen rechten Handschuh. Den können wir auf Knopfdruck benutzen und ihr seht, dass wir diese roten Blöcke hoch und runter manövrieren können. Stellen wir uns doch einfach mal drauf, manövrieren ihn wieder hoch und zack, sind wir schon hier oben. Dann machen wir den hier runter. Zack, wieder was gelernt. Okay, jetzt müssen wir nachdenken. Hm, wie macht man das am besten? Wie wäre es, wenn wir den hier ganz rausholen? Man kann jeden Block immer dreimal bewegen. Also drei Stufen raus oder rein. Und das hier ist noch so, okay, blau. Und was passiert, wenn ich da drauf? Hui! Hui! Hoppla! Ha! In der Luft vielleicht nicht gegen die Flugrichtung drücken. Ja, kommst du her, kommst du her. So schwierig ist es nicht. Es erinnert natürlich erstmal so ein bisschen an Portal. Ist aber nicht Portal. Also da fehlt dann doch der Witz. Es ist, ähm, ja, ich glaube von der Stimmung her soll es schon so ein bisschen wie der Film Cube sein, der aber natürlich viel, äh, Gewalt, äh, viel mehr Gewalt beinhaltet hat. Äh, dieses Spiel hier ist einfach nur ein, äh, Puzzle-Shooter. Kann man Shooter sagen? Es ist ja nicht wirklich ein Shooter. Wir steuern ja nur diese Blöcke fern mit unseren Handschuhen, von daher schießen wir nicht wirklich. Aber wenn man denn jetzt dieses Spiel unbedingt benennen will, dann würde ich es am ehesten als Puzzle-Shooter nennen. So, jetzt haben wir, glaube ich, alle Blöcke soweit kennengelernt, äh, und werden sie jetzt in Kombination benutzen. Schauen wir uns mal um. Hier oben geht's weiter. Wie kommen wir da hin? Wir können einmal springen. Aber die Wände sind viel zu weit weg. Oh nein, die Wände kommen auf uns zu. Aaaaaaah. Okay, sie halten wieder an. Ein kleiner Star Wars Müllpress-Moment. Ähm, okay, ich gehe mal davon aus, dass wir das hier einfach rausführen müssen. Jetzt noch nicht drauf. Ich möchte erst noch, möchte echt noch gucken. Und hier dürfte funktionieren. Wenn wir, wenn wir hier jetzt in der Mitte ankommen, ne? Ja. Sieht doch gut aus. Ähm, jetzt pass auf hier rauf. Und jetzt würde ich gerne dich hier benutzen. Als Sprungbrett. Führ hier hoch. Yeah. Level 2. Das war's auch schon mit der Einführung. Ähm, es werden noch mehr, äh, Rätsel kommen. Vor allem auch immer in neuen Kombinationen. Es ist nicht so, dass wir jetzt nur mit diesen drei, äh, verschiedenen Blockarten zu tun haben. Sondern hier seht ihr, ist ein grüner Block. Was machen wir mit dem? Wir springen hoch. Äh, mit dem hier, da können wir nichts machen. Aber wenn wir auf Zurückstellen klicken, dann geht er an seinen angestammten Platz. Wir können diese außerdem verschieben mit anderen Blöcken. Das machen wir einfach mal. Und, äh, dann führen wir dich hier ganz nach oben. Zack. Die Treppe bitte. Und schon haben wir's geschafft. Nice. Hier müssen wir ein bisschen überlegen. Da müssen wir jetzt, äh, timen, so wie es aussieht. Wenn wir ihn jetzt hier auf den Sprungblock schieben, springt er hoch. Dann machen wir den raus. Halten den dort. Und, also ohne zu schauen, äh, wie es weitergeht, weiß ich, dass das das sein muss. Zack. Geschafft. Sehr gut. Und wir selbst können von hier aus raufspringen. Easy game. Easy game. So. Ja. Sieht ihr auch, dass die Hände so verschwimmen, wenn man irgendwie an der Wand entlang geht. Ich zeig's grad nochmal. Also, ob man auf Drogen wäre. Vielleicht sind wir auch auf Drogen. Vielleicht bilden wir uns diese Welt nur ein. Zack. Zack. Und zurück. Hui. Okay. Da kommt eine Kugel und fällt hier runter. Okay. Und sie scheint sich nicht mehr zu bewegen. Untypisch für eine Kugel. Und sie interagiert auch mit uns nicht. Wir können nichts mit ihr machen. Wir müssen da durch. Sie ist praktisch autark. Und dann haben wir hier ein kleines, schönes, äh, ja, Kugelspiel, mehr oder weniger. Und wir müssen die Kugel hier hinbekommen. Dann gehen wir doch mal ganz logisch vor, von Ziel zum Anfang. Sie muss also hier auf dieses Sprungding. Damit muss sie aber hier, da gehen wir hier in die Mitte, fahren die komplett aus. Dann kann sie auf dieser Außenbahn laufen, um auf die Außenbahn zu kommen. Kann ich mir vorstellen, dass wir die hier brauchen. Ja. Dann geht das nicht einfach so. Ja. Das hier haben wir schon hochgestellt. Und jetzt probieren wir's nochmal. Da kommt sie runtergeflogen. Über die Brücke. Wird hier angehalten. Kann von uns hier rüber geschubst werden. Rollt ihr runter. Und springt. Wiii. Sie ist am öffnen Dich. Wunderbar. Ich kann das Spiel empfehlen. Ich weiß es gar nicht, wie viel das Spiel kostet. Ich würde für dieses Spiel 7 Euro ausgeben. Das wäre mal ein tolles Bewertungskriterium für so manche Spielezeitschriften, wenn sie keine Punktzahlen oder Prozente geben, sondern wie viel ist mir dieses Spiel wert. Es ist auf jeden Fall, ja für jeden Puzzler empfehlenswert. Hier haben wir neue, neue Mechanik. Und wir sehen, okay, wir können das hier so ändern. Wär schön, wenn wir hier oben stehen würden. Deswegen, hier wieder zurück. Dann benutzen wir das hier als Absteige. Als Plattform, um draufstehen zu können. Und zack, geschafft. Genau, für Spielezeitschriften, anstatt zu sagen, so und so viel Prozentpunkte oder so und so viel für ein 100, sagen sie einfach, so viel ist uns das Spiel wert. Das ist nämlich nicht verkehrt. Ich meine, man kann ja zum Beispiel dieses Spiel hier nicht mit, sagen wir mal, GTA 5 vergleichen. Also das sind ja, wäre ja total, irgendwie, da vergleichst du ja nicht Äpfel mit Bieren, sondern Äpfel mit Autos. Zurück, zurück, zurück und biuuu. Seltsamerweise macht dieses Fliegen im Computerspielen, also dieses Weiterspringen immer am meisten Spaß, egal was du spielst. So, und hier haben wir fast schon, ja, da gibt es noch dieses Spiel, bei dem man so Blöcke verschieben muss. Machen wir das einfach mal. Okay, äh, das ist schon mal gut soweit. Das lassen wir uns überlegen. Wir wollen den Block hier raufschieben. Dazu muss er von ihm hier rüber gedrückt werden, damit er hier rüber, genau, da muss er hier hoch, damit er hier hoch kann. Das hier kann entweder drei hoch oder zwei hoch. Dann würde ich vorschlagen, ah ja hier okay. Eins, zwei runter, eins rüber, zurück, zwei hoch, schieb, 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 vor, 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 zurück, zurück, zurück. Cube, äh, das ist auf jeden Fall das familienfreundlichste Puzzle-Spiel ever. Hier verlasse ich euch dann mal und, äh, freu mich darauf, euch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen, wenn es wieder heißt, let's show Puzzle-Spiele. Bis dahin, euer Egon Sohn. Egon Sohn Egon Sohn Egon 가는 Egonrada